Ich hoffe, ihr hört mich gut. Herzlich willkommen. Nicht so laut. Ja, ich versuche laut zu sprechen, sonst bitte irgendwie ein Handzeichen, wenn ihr mich nicht so gut hört. Ja, es geht los. Ich habe einen Vortrag eingereicht nach dem letzten Joomla Day, wo ich mir gedacht habe, es wäre mal gut, so ein bisschen auch in die Zukunft zu blicken und nicht immer nur die konkreten Probleme zu lösen. Und habe dann eingerichtet Joomla in zehn Jahren. Es ist jetzt die Keynote geworden. Das war so ein bisschen, ja, Einstellung, eine neue Einstellung. Ja, zuerst kurz zu mir. Also mein Name ist eben Sigrid Kramlinger. Ich bin Gründerin der Joomla User Group Wien und Mitorganisatorin und Initiatorin des Joomla Day Österreichs. Habe ursprünglich Wirtschaftspädagogik studiert und mache aktuell aber eigentlich nur die technische Umsetzung von Webseiten. Und das mit Webgras und auch gemeinsam mit dem Peter Martin haben wir letztes Jahr zur Datenschutzgrundverordnung ein Tool gemacht. Und mit Data to Site wollen wir das Joomla Backend Formular ein bisschen vereinfachen. Ja, Joomla in zehn Jahren. Dann, ich wollte zuerst ein bisschen zurückblicken. Vor zehn Jahren habe ich schon Joomla Webseiten umgesetzt. Auf meinem ersten Joomla Day war ich aber in Deutschland 2011, glaube ich, war das damals. Aber Joomla vor zehn Jahren ist jetzt ein bisschen privat. Da schaue ich noch ein bisschen anders aus. Meine Kinder ein bisschen kleiner. Unser Auto damals, ziemlich neu, mein Handy damals, ein Nexus S, das hatte so einen gebogenen Bildschirm. Das konnte man super hinten in die Hosentasche einstecken. Wird jetzt mit den faltbaren Handys dann vielleicht wieder einfacher. Aber Internet, E-Mail ging natürlich vor zehn Jahren auch schon alles am Handy, aber noch nicht so komfortabel. Und Joomla Version 1.5. Ich glaube, im Jänner war es neun, Ende des Jahres war es dann 13 oder 14. Ja, das war so der Rückblick. Wie sieht es denn aktuell aus? Die Kinder größer, ich ein paar Kilo schwerer. Aber wenn man auf Urlaub fährt, hat man da mittlerweile schon oben diese Hashtags. Also es verfolgt einen quasi überall. Das Auto, immer noch das gleiche, 210.000 Kilometer später. Also in zehn Jahren ist es hoffentlich nicht mehr das. Das Handy, aktuell Fairphone, zweite Generation. Ich habe mir gerade mittlerweile schon seit drei Jahren, also mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Finde ich eine spannende Sache und unterstütze das gern. Funktioniert auch ganz gut. Fairphone 3 gerade rausgekommen. Ich habe es schon bestellt, aber ich habe es leider noch nicht, weil ich habe es zu spät bestellt. Und aktuell Joomla Version 3.9.11, wo sich viel getan hat in den letzten Jahren. Usability, weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Ihr kennt das System, nehme ich an. Gut, dann jetzt Zukunft. 2029. Wo kann es da hingehen? Und, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Fertig. Nein. Nein, es gibt natürlich Themen, die uns in den nächsten Jahren mehr beschäftigen werden. Und ich habe ein paar rausgesucht, wo ich denke, dass die unsere konkrete Arbeit mit Webseiten beeinflussen werden, die uns weiterbringen werden, die uns auch unterhalten werden. Und habe jetzt versucht, da ein paar werde ich da jetzt benennen. Ja. Vielleicht zum Ersten. Ich. In zehn Jahren. Oder vielleicht doch so. Das Nächste finde ich richtig gut. Oder etwas amüsanter. Ja, also, ich meine, das kann man mit jedem Handy heutzutage machen. Und das sind jetzt mit Snapchat gemacht, mittlerweile mit Instagram auch. Und damit wären wir beim Thema Augmented Reality. Also die erweiterte Wirklichkeit, die uns in vielen Bereichen jetzt schon, wo wir es noch nicht so richtig merken, eher auf eine spielerische Art auch umgibt. Das Spiel Pokémon Go kennen sich alle. Auch Augmented Reality, wenn ich durch die Landschaft laufe und dort dann die Taschenmonster suche. Es gibt jetzt neue Versionen und so weiter. Also das sind auch Themen, die sind jetzt schon da. Und ein ganz Interessantes ist, wie auch die nächste Generation damit umgeht. Mein Sohn hat vor mittlerweile schon zwei Jahren mich gefragt, ob ich die Lego-App aufs Handy laden darf. Und ich habe gesagt, ja. Ich dachte, ja, kann man so Lego, was man machen kann, Lego-Sachen anschauen. Okay, und dann steht er irgendwie so beim Tisch mit dem Handy vor dem Lego-Katalog. Und ich habe ihn gefragt, was er da macht. Na, er schaut sich das am Handy an. Und man kann im Lego-Katalog fast auf jeder Seite mit dem Handy die Modelle in 3D anschauen. Und kann dann auch so rundherum gehen. Und sieht das, das Fliegen, das bewegt sich dann auch. Da fliegt dann ein Flugzeug vorbei und so. Also so sehen Kinder das. Ich meine, für ihn war das total normal. Ich war irgendwie so sehr erstaunt, dass das so einfach geht. Ist allerdings jetzt wirklich schon zwei Jahre her. Habe jetzt nur im letzten IKEA-Katalog gesehen, dass die jetzt so mit QR-Codes auch arbeiten. Was ich schön finde, weil das ist ja auch schon eigentlich eine ziemlich alte Technologie. Ja, Augmented Reality, wenn man es cool sehen will, also der Film Iron Man, wer kennt den? Also gibt es A1, A2, A3 und natürlich die ganzen Marvel-Avenger-Filme und so. Also Tony Stark in Iron Man hat so eine Werkstatt und das ist so eine Digitalwerkstatt. Und das ist ganz viel mit 3D-Hologrammen. Der hat eine künstliche Intelligenz. James Jarvis heißt er zu Beginn und der hat halt so coole 3D-Modelle. Das ist auch erweiterte Wirklichkeit. Und gerade, wenn man wissen will, wie die Welt vielleicht oder sich manche Technologien entwickeln, dann lohnt es sich echt so Science-Fiction-Filme anzuschauen. Ich mache das manchmal ganz gern. Ja, das Thema Virtual Reality möchte ich nur kurz nennen. Der Unterschied ist ja einfach, dass man diese großen Brillen aufhat. Der Alexander Metzler hat das letztens in seiner Heldenstunde einen Podcast drüber gemacht. Also da ist einfach der Unterschied, dass ich komplett weg bin aus der aktuellen Welt. Das ist sehr stark in der Spielebranche, aber auch natürlich in anderen. Ist für mich jetzt im Bereich Webentwicklung aber nicht so präsent. Die Frage, um ein paar Zahlen nachzuzeigen, haben Sie schon Erfahrung mit Augmented Reality-Funktionen gesammelt? Das sagen vor allem die Digital Natives, also die 14- bis 29-Jährigen zu 60% ja. Und das nimmt dann stark ab nach oben hin. Ich denke, dass viele schon gerade mit so Fotos oder mit so anderen Sachen schon mehr gemacht haben. Aber diese Generation kommt und wird immer mehr. Zu Augmented Reality noch. Google Glass Version 1 ist ja irgendwie abgebrochen worden und es wurde jetzt Google Glass Version 2, die ganz stark auf den Enterprise Market zielt. Also ich glaube auch, dass die Augmented Reality mit dem Einblenden von Informationen, das geht sehr stark in den Produktionen und in die Logistik, in den Medizinbereich. Und da geht die Augmented Reality aber dann auch in den Web-Bereich. Also gerade im Tourismus oder wenn man wirklich irgendwo unterwegs ist. Was hat das mit Webseiten zu tun? Wo kommen die Informationen her? Bei Google kommen die von Webseiten. Google durchsucht das Netz und Schnittstellen, aber auch sowas wie schema.org, also Auszeichnungen im Hintergrund. Also das ist wichtig, dass auf den Webseiten gewartet wird. Und wenn man jetzt schon gut bei Google gefunden wird, wird man dann in solchen Anwendungen sicher auch gut gefunden werden. Also Hausaufgaben machen. Da habe ich jetzt nur noch diesen Begriff 3D-Hologramme. Wird sicher auch irgendwann gehen, dass man so eine 3D-Nachricht aufnimmt. Das ist mein Gesicht, man kann es nicht so richtig gut sehen. Und die dann an jemanden schickt und man dann dort steht. Die ist auch nicht mehr so weit entfernt, diese Technologie. Es gibt schon Bausätze, dass man sich das selbst, diese, so Plexiglas, das selbst bauen kann. So. Auto 2029. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es noch dieses ist. Aber es gibt so ein paar verrückte Menschen. Wobei wir würden jetzt sagen verrückt, denn, ja, das geht. Der Frankie Zappata ist jetzt im August mit so einem selbstgebauten Flyboard über den Ärmelkanal geflogen. 30 Kilometer, zum Teil mit 100 Miles per Hour oder so. Also mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Also so will ich noch nicht. Das sieht noch ein bisschen instabil aus. Aber die ersten Menschen, die ein Flugzeug gebaut haben, denen ist es sicher nicht anders gegangen. Die sind auch belacht worden und haben das ja großes Interesse und so. Heute kann man immer mit dem Flugzeug fliegen. Hat aber jetzt auch nicht so richtig viel mit Webentwicklung zu tun. Aber mobile Geräte. Mein Handy, weiß ich noch nicht, wie das ausschauen wird. Vielleicht klappbar. Ich hoffe, irgendwie nachhaltig und fair produziert. Der Anteil mobiler Endgeräte an allen Seiten aufrufen. Weltweit 2018. Da sind wir Europäer eigentlich ziemlich weit hinten. Das ist der rote Kasten da. In Asien und in Afrika ist das schon deutlich mehr. Aber es wird bei uns natürlich auch noch mehr werden. Und 2018 war erstmals die mobile Nutzung höher als die Nutzung am Internet mit PCs und Laptops. Ja. Und ein wichtiger Bereich auf den Handys oder Geräten. Ich meine, da gibt es irrsinnig viele Programmierversionen. Es gibt Frameworks, es gibt sonst was. Aber ich glaube, eines, das uns in vielen Bereichen oder vielen Webseiten auch begegnen wird, sind Progressive Web Apps. Was ist da der Unterschied? Also, da könnte man einen eigenen Vortrag darüber machen. Progressive Web Apps, vielleicht habt ihr auf Handys schon Webseiten gesehen, die haben dann unten so einen Teil, das ist jetzt Beispiel Telegram, zum Startbildschirm hinzufügen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das eine Progressive Web App ist. Das ist eine normale Seite, die ich auf meinem Handy installieren kann, im Prinzip. Und in dem Moment, wo ich dieses Icon bei mir am Handy installiert habe, läuft das mit den App-Funktionen. Ist aber eine Webseite. Also, ich brauche jetzt nichts extra, keine App programmieren. Das geht jetzt schon. Die Webseite selbst ist eigentlich nur aus HTML, CSS und JavaScript programmiert. Progressive auch deswegen, weil es nur in diesen Browsern verwendet wird, also angezeigt wird, die Browser, die das unterstützen. Und das ist mittlerweile schon recht breit. Also, kann man jederzeit verwenden, einbauen. Der Vorteil von Progressive Web Apps ist, dass ich sie einerseits zum Startbildschirm hinzufügen kann, also eine Webseite und ich habe dann die ganzen Funktionalitäten. Ich kann Push-Benachrichtigungen schicken von meiner Webseite auf die Handys und zum Beispiel, ich habe eine Offline-Funktionalität. Das braucht man nicht auf jeder Seite. Also, da muss schon eine Funktion dahinter sein, das nur einzubauen, um des Einbauenswillens, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber in einem Online-Shop, wo ich dann mit Push-Benachrichtigungen den Kunden informieren kann, ja, das Paket ist jetzt im Versand, das ist unterwegs und das kostengünstig schnell umzusetzen, das geht jetzt. Und das wird noch mehr werden. Also, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den man sich anschauen kann. Das war jetzt so ein Teil aus der Web-Entwicklung konkret. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Ja, mittlerweile haben wir eigentlich alle auf unseren Handys eine künstliche Intelligenz, einen intelligenten Assistenten. Alle Google-Handys, Android-Handys, Apple sowieso. Und künstliche Intelligenz ist, man hat, also japanische Forscher haben 2017 die Standard-künstlichen Intelligenzen, das sind relativ schwache Intelligenzen, also so wie Siri oder so, einem Intelligenztest, also so diese öffentlichen, die man machen kann, unterzogen. Und damals war der Intelligenz-Gruzient bei 47, also ungefähr bei einem sechsjährigen Kind. Ich glaube, dass das sich in den letzten zwei Jahren schon wieder deutlich geändert hat. Es gibt den starke und schwache Intelligenzen, also starke sind, die auf einem gewissen Teilbereich sind und schwache sind, die im bestimmten Teilbereich und starke sind, eigentlich die komplett unabhängig sind. So etwas kennen wir noch nicht, wird aber mehr werden, wenn noch mehr Sachen verknüpft werden. Bei der künstlichen Intelligenz kann man vergleichen, also wird oft verglichen, sagen wir so, zwischen Mensch und Maschine. Welche Bereiche gibt es da? Also in der kognitiven Intelligenz ist die Maschine schon besser als der Mensch. Das sind die Schachspieler oder Google Go, die mittlerweile menschliche Spieler schlägt. In der sensomotorischen Intelligenz, also das ist alles, was mit Sinnen zu tun hat. Und da ist das Auge schon sehr speziell, aber das kann mittlerweile eine künstliche Intelligenz genauso gut. Schwieriger wird es auch Geruchs- und Geschmackssinn zum Beispiel, aber das sind künstliche Intelligenzen schon oder Maschinen schon besser als der Mensch. Emotionale Intelligenz ist noch schwierig, aber Maschinen sind oder Roboter, Computer sind mittlerweile ganz gut in der Lage, aufgrund von nicht den Merkmalen rundherum, also wenn Tränen runterrinnen und irgendwie der Mund nach unten gezogen ist, dann ist jemand traurig. Also mit so mehreren Sachen in Kombination. Die können das schon recht gut eigentlich, wo sie allerdings keine Chance haben, ist soziale Intelligenz. Und das hoffe ich, wird auch noch bleiben. Wo der Mensch immer noch besser ist, ist, wenn es um mehrere verschiedene Kombinationen dieser Intelligenzen geht. Weil das auch noch, gerade mit den sensomotorischen, also so alles abzudecken, da ist das menschliche Gehirn schon nochmal irgendwie ganz anders vernetzt. Ja, Kreativität ist auch sowas, was nicht oder ganz schwer von einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden kann. Und wenn wir schon bei diesem ganzen Ablösen sind, dann gibt es natürlich auch immer die Warnungen vor der künstlichen Intelligenz. Da gibt es zurzeit die Diskussion, soll man sowas für einen Verhaltenkodex einführen und Ethiker sagen, vor allem Bildung ist ganz wichtig, dass die Menschen immer noch anders entscheiden können und bewusst entscheiden können, wo wird künstliche Intelligenz eingesetzt oder nicht. Was heißt das jetzt wirklich für Webseiten? Künstliche Intelligenz für Webseiten. Also wenn ich auf eine Webseite gehe in ein paar Jahren, wird jeder eine andere Webseite sehen, weil im Hintergrund das für den User jetzt im Moment generiert wird. Aufgrund der Informationen, die man über mich weiß, über meinen Standort, über meine Vorlieben, über meine letzten Einkäufe und so weiter. Es wird die Möglichkeit geben, das wahrscheinlich abzuschalten. Dann wird aber wahrscheinlich immer die Information kommen, du könntest ein so viel besseres Ergebnis sehen, wenn du das einschaltest. Also es wird schwierig sein, dem Ganzen zu widerstehen. Aber da geht es um diesen Verhaltenskodex. Es sollte eine Möglichkeit sein, das nicht zu wollen. Künstliche Intelligenz im Webdesign. Ich habe ein bisschen gebastelt und habe mir überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn jemand anderer für mich eine Juma-Webseite erstellt. Ich will mal, dass das alles geht. Das ist Jubo, der erstellt Webseiten. Das ist praktisch, ne? Menüpunkte angelegt. Der weiß auch sofort, was ich eigentlich mache. Ich bin Dienstleisterin und das ist jetzt ein bisschen schnell. Also der weiß auch, dass ich Dienstleisterin bin und erstellt mir da dann meine Webseite im Hintergrund, fügt Texte ein, die optimiert sind, verlinkt mich schon mit wichtigen Informationen. Dann fragt er mich, was soll die Webseite noch kennen? Brauche ich einen Login-Bereich für meine Kunden? Nein, kein Login-Bereich. Ein Kontaktformular vielleicht? Ja, dann einen Moment bitte. Natürlich macht er ein Kontaktformular auch mit Spam-Schutz. So, und dann richtet er alles ein. Tomain, Datenbank, Konfiguration, alles Menü, Hintergrundbild. Da bin ich wieder fertig. So, haha. Wäre doch cool, oder? Also, ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, dass das funktioniert. Ich glaube, der Prozess, eine Webseite zu installieren, passiert normalerweise einmal, aber Nachrichten oder Seiten anzulegen, News einzutragen, passiert viel öfter. Also ich glaube, dass für solche Aufgaben Sinn macht oder Sinn machen wird oder es Spaß macht, sowas zu verwenden und damit den Usern wirklich die Arbeit zu erleichtern, das tägliche. So, künstliche Intelligenz in Usability. Da geht es vielfach darum, vorgefertigte Antworten. Da waren jetzt solche drinnen mit Ja, Nein, willst du das machen? Also gibt jetzt auch schon, dass einfach dem User, damit es schneller geht, schon mögliche Antworten vorgeschlagen werden, die andere User auch schon gemacht haben, die zum Text passen und so weiter. Das wird noch mehr werden, gibt es jetzt schon in Ansätzen. Und Chatbots, die sich aktionsbezogen einschalten. Also der merkt, ich hänge da jetzt in dem Warenkorb seit zehn Minuten fest, dann fragt er mich vielleicht, willst du eine kürzere Lieferzeit? Oder, weiß ich nicht, Optionen, die ich noch nicht gesehen habe. Wirklich so anlassbezogen. Künstliche Intelligenzen in der Web-Entwicklung. Da geht es darum, auch Algorithmen zu kennen. Das können künstliche Intelligenzen sehr gut. Code-Schnipsel einzufügen und dann, talk code to me. Und ja, das wird noch mehr, also das wird kommen in Bereichen und der Code wird auch besser werden, wenn das dann noch verbreitet ist und auch noch einfacher funktionalisiert, funktioniert. Künstliche Intelligenz in der Suchmaschinenoptimierung. Da geht es vor allem um Big Data und Data Mining. Fehler auf Webseiten, die viel schneller gefunden werden, die vorgeschlagen werden von Tools. und Content Creation natürlich. Also, dass wirklich der Inhalt dann schon optimiert ist, ich nochmal Vorschläge bekomme und Künstliche Intelligenz im Marketing, wo wirklich die Ads dann schon direkt nochmal auf den User in dem Moment ausgespielt werden, wo der die Webseite besucht und die Chance ist, dass das noch wirkungsvoller ist. Sicherheit und Datenschutz kann nur so gut sein, wie wir das auch wollen. Ich glaube, da gibt es noch viel. Was wir konkret machen können, ist einfach uns zu informieren, auf dem neuesten Stand zu bleiben, Updates zu machen, sich auszutauschen, Netzwerken und dann für ein faires Web einzustehen und auch Stimmen zu erheben, wenn es dann um Petitionen geht, wenn es um einen Kodex geht, der vielleicht veröffentlicht wird, verabschiedet wird, das zu unterstützen. Also, ja, Joomla in zehn Jahren, schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, Joomla Day in zehn Jahren. Ja, das war noch meine Daten, ich werde die Folien dann auch online stellen und wünsche euch einen guten Joomla Day. Ja, das war noch meine Daten, ich werde die Folien dann auch online stellen.